hallo und ich grüße dich wieder auf meinem kanal und zu einem neuen tutorial wir beschäftigen uns heute mit der windows 10 installation und ich möchte dir hier schritt für schritt zeigen dass das kein hexenwerk ist und auch nicht wirklich kompliziert im vorfeld solltest du auf jeden fall dir mein video oben rechts angucken da ist die information wo du das video findest dort zeige ich wie du mit dem media creation tool von microsoft ein usb stick erstellt damit du von usb stick booten kannst um windows 10 zu lernen so ich habe wieder meine virtuelle maschine hier am start habe schon das alles wie gesagt den usb stick im vorfeld erstellt und ja jetzt klicken wir einfach erst mal auf weiter und sagen jetzt installieren da wir das system ja neu installieren wollen dann dauert es einen augenblick er überprüft hier noch einiges im hintergrund und dann warten wir genau und jetzt musst du entweder windows aktivieren wenn du ein key hast ich gebe jetzt hier mal an dass ich kein produkt hier habe ich habe natürlich ein aber dem brauche ich jetzt erstmal für die installation hier noch nicht eingeben man kann es auch später aktivieren das ist jetzt kein problem hier so ich habe kein produkt hier an dieser stelle welche version du installieren wirst windows 10 home education oder pro version das n bedeutet nichts anderes dass hier kein media player enthalten ist das hat glaube ich mit einem eu gesetz zu tun und da musste microsoft halt reagieren deswegen wenn du die n option wählst hast du automatisch kein media player dabei ich lasse es jetzt mal und nimmt die windows 10 pro version und sage erst mal weiter so jetzt kommen hier die lizenzbedingungen die solltest du dir durchlesen in der regel macht das eh nie einer aber du musst sie akzeptieren sonst geht es an dieser stelle nicht weiter dann klicken wir wieder auf weiter und jetzt wirst du gefragt ob sie ein upgrade windows installieren und dateien einstellungen anwendung behalten möchtest oder benutzerdefinierte nur windows installieren wir machen jetzt eine benutzerdefinierte installation so hier an dieser stelle das ist meine platte 200 gigabyte und da sagen wir jetzt neu und ich nehme jetzt mal die komplette die komplette platte und sagt einfach mal übernehmen ja wir möchten alles machen alles tun und jetzt erstellt windows automatische partition hat auch hier eine system partition erstellt und hier ist der rest den wir für unsere windows installation hernehmen können so jetzt sage ich an der stelle weiter und jetzt beginnt windows die dateien auf die platte zu kopieren das ganze kann einen ziemlichen augenblick dauern ein paar minuten ich würde einfach sagen ja ich komme erst wieder wenn die installation vorbereitungs fertig ist und wünsche erstmal viel spaß weiterhin bei der bei diesem video und da haben wir jetzt fast alles jetzt läuft die neustart zeit runter oder du kannst auch jetzt mache das mal jetzt auf hier neustart klicken und dann bootet der rechner neu nein das machen wir jetzt nicht weil ist ja noch meine usb mein usb stick noch drin ich hatte vergessen zu noch zu erwähnen wenn du windows 10 installiert die 64 bit version braucht circa 20 gigabyte festplatten platz empfohlen wird 70 gigabyte ich sag mal besser 100 oder darüber aber so 100 gigabyte solltest du schon frei haben für windows 10 gut jetzt müssen wir noch einen kurzen augenblick warten bis windows gestartet ist ich gucke jetzt mal es dauert noch einen augenblick ich würde einfach sagen ich komme noch mal wieder wenn der start ja zu ende ist es kann auch einen kleinen augenblick dauern so nachdem jetzt auch windows noch mal gebootet hat kommst du jetzt zu einem neuen bildschirm und da steht jetzt wie du ganz lesen kannst einen moment bitte und ja du musst viel geduld mitbringen bei der windows installation auch wie bei dem upgrade werde ich oben auch mal verlinken falls du windows 7 upgraden musst oder willst und nicht windows 10 neu zu installieren wie gesagt das dauert jetzt auch wieder einen augenblick und geduld muss man leider bei der installation und auch beim upgrade mitbringen lässt sich leider nicht vermeiden ja egal wie schnell der rechner ist es dauert wie es dauert ich würde einfach sagen ich komme wieder zurück wenn ja wenn es hier gleich weiter geht so jetzt sind wir wieder ein stückchen weiter und wir haben es so gut wie fast geschafft zumindest was die installations angeht so jetzt wählen wir erstmal die region aus darf uns hier in deutschland befinden wählen natürlich deutschland aus und sagen weiter dann dauert es wieder einen augenblick schon erwähnt erwähnt viel zeit mitbringen ist das das richtige tastaturlayout ja wir haben eine deutsche tastatur möchten sie ein zweites tastaturlayout hinzufügen da sagen wir überspringen das brauchen wir nicht eines reicht ja so nun müssen eine wichtige schritte für die einrichtung ausgeführt werden auch hier kann es wieder einen ziemlichen augenblick dauern und ich würde sagen ich komme wieder zurück wenn es soweit ist so wird es immer wieder ein stückchen weiter welche einrichtung möchten sie durchführen für persönliche verwendung einrichten oder für eine organisation wir nehmen natürlich die persönliche klicken auch wieder auf weiter und jetzt hat man die möglichkeit microsoft anmelden entweder wenn man ein konto hat kann man das hier eingeben und auf weiter klicken oder man sagt konto erstellen und erstellt eines bei microsoft ich bin kein wirklicher freund von diesem online konto und darum lasse ich es bei einem offline konto jetzt wird man noch gefragt anmeldung ja das sind halt so übliche dinge eingeschränkte erfahrungen dann lassen wir das also ich sage jetzt nicht einsteigen wenn jetzt glaube wenn man hier drauf klickt macht das mal ja genau da kommt nämlich wieder zurück also wir müssen offline konto und sagen eingeschränkte erfahrungen jetzt kann man dem ganzen kind einen namen gehen von mir wird dieser pc genutzt dann nennen wir das mal technik doctor so dann sagen wir hier wieder weiter dann nehmen wir ein kennwort das kennwort bestätigen jetzt wird man noch sicherheitsfragen dreimal gefragt das ist ein bisschen nervig wie hieß ihr haustier sage ich ja mal gucken ob das geht dann hier lautet ihr geburtsort nehmen wir b und wie lautet kind als spitzname sagen wir c du kannst natürlich jetzt hier das auswählen was für dich in frage kommen falls du dein passwort vergessen solltest dass du mit diesen drei fragen ja dann konto wieder reaktivieren kannst oder das passwort zurücksetzen wir sagen wir hier weiter dauert es wieder einen augenblick so nutzen sie den geräte übergreifenden aktivitäts verlauf ich würde jetzt an dieser stelle würde ich jetzt immer nein sagen das sind jede menge sachen die gestartet werden die in meinen augen ziemlich ressourcen fressen sind und in der regel braucht man das nicht ist nur nervig und störend also wir sagen hier nein wenn du es natürlich haben willst sagst du hier ja aber ich sage jetzt erst mehr nein dann hilfe von ihrem digitalen assistenten nein brauchen wir auch nicht lehnen wir ab mehr mit spracheingabe auswählen nein spracherkennung nicht verwenden merkt microsoft apps den standort nein warum sollte ich mit meinem pc den standort verwenden nein brauchen wir auch nicht wir lassen dich das suchen diagnose einfach da kann man leider nichts anderes auswählen muss man einfach nehmen so dann freihand nein es sei denn du hast bildschirm auf den du halt schreiben kannst ansonsten lassen wir das ja auch nein die diagnosendaten tipps das lassen wir alles weg apple nein so jetzt dauert es wieder einen augenblick also ich kann wie gesagt nur empfehlen hier überall nein und ablehnen zu machen macht man sich nicht wirklich viel freude mit weil irgendwann schmeißt man den kram sowieso wieder runter wenn man genug erfahrung gesammelt hat genau jetzt wir bereiten alles für sie vor ja und wieder müssen wir einen kleinen augenblick warten ich weiß nicht manchmal das gefühl microsoft liebt es dass das seine kunden warten zu lassen weil so eine installation upgrade updates das dauert mittlerweile echt sehr sehr lange und deswegen sage ich immer wieder muss zeit und geduld mitbringen so ich würde sagen ich komme wieder zurück das kann jetzt hier auch noch einige minuten dauern und dann sehen wir uns wenn die installation ja zu ende ist so da bin ich wieder und wie du siehst windows 10 ist installiert wir sind an dem anmeldebildschirm der technical doctor und jetzt gebe ich mal das passwort ein sage ok und wenn alles richtig ist sollten wir gleich ohne probleme ja genau so hier müssen wir den microsoft edge noch auf deutsch stellen choose your language nein nicht dänemark um himmels willen deutsch ok get started so das lassen wir so den edge machen wir wieder aus ja wie gesagt an dieser stelle alles läuft alles funktioniert jetzt müssen nur noch ein update über gelaufen lassen werden zur sicherheit aber wie gesagt das zeige ich mal in einem anderen video ich hoffe es hat wieder gefallen dass einen daumen nach oben da wenn es geht ein kommentar ich antworte auch auf kommentare wenn du fragen zu der installation hast schreibt sie einfach unten in die kommentare und ja ein abo wäre auch nicht schlecht bis dahin schau